Ich war fasziniert von den Kreationen von den Harkonnenvölkern und als ich dann diese fünf Bilder machte mit der Airbrush, ich habe dann mein Bestes gegeben für diesen Design herzustellen. In order to go to the castle, they are away with tubes, enormous tubes, you know, come out, knife, and then in order to go to the Baron Harkonnen, you need to walk with this way, shh, shh, escaping of the big knife that will destroy you.